Ich möchte jetzt weiter basteln an diesen, wie soll man es nennen, Bahnsteigen erhöhten Lagerplätzen, die auf dem Flutgerüst aufgebaut werden sollen. Ich hatte mir beim letzten Mal ja schon eine Menge von diesen Hölzern zugesägt. Ich könnte jetzt anfangen diese Hölzchen aufzuladen. Mal gucken, ob ich den Pinsel noch mal wieder gängig kriege. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Das ist gut. 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 Das sind Gitterfenster sollen hier hinten rein. Das kann ich da schon mal machen. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt noch ein paar Minuten. Okay. Okay. Das war die Rückseite. An der Vorderseite soll hier so eine Stufe installiert werden. Das sehe ich aber noch nicht. Was aber vor allen Dingen da hin soll, das ist diese Bretterwand, die dann das Kioskschild halten soll anscheinend. Und das sehe ich eigentlich auch noch nicht. Soweit es diese Baugeschichte hier betrifft, ist der Kiosk für mich eigentlich erledigt. Er passt gar nicht da hin. Ich muss das Teil irgendwo anders einsetzen. Das könnte so als Kantinengebäude laufen. Na ja, erstmal muss es zur Seite. So. Jetzt brauche ich noch eineinhalb Zentimeter Stücke hier. Denn hier ist ja noch einmal so ein Ding. So. 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 Now. So. 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 10,5, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210. Und alles weitere muss ich mir dann beim nächsten Mal reinziehen.